Willkommen zu diesem Video. Wir machen jetzt an unserem Artikel weiter. Artikel behandelt wir No Fall. Das wollen wir nicht auch verhindern, dass der Spieler keine Fasche anbekommt. Das ist auch nicht schwer. Wir machen jetzt unseren Listener wieder und wir brauchen das Move to PlayerSquare. Und dann können wir die Location. Und die Location. Und die Location. Ok, dann hätten wir das jetzt und jetzt brauchen wir zwei Vektor. Wir brauchen den ersten Vektor, von or.bucket, import team, ganz wichtig. Und dann machen wir einfach 2.2Vektor. Dann brauchen wir den Vektor und jetzt brauchen wir den Vektor und dann brauchen wir den Vektor und dann brauchen wir den Vektor. Ok, soweit ganz einfach. Ein Rücken, wenn das so schön aussieht. Jetzt brauchen wir ein paar Abtragen. Dann können wir das nennen, dann sehen wir eine Veränderung von 0, nmp.getdemod.genmod.genmod.creative, nmp.getdemod.getdemod.genmod.creative. Dann könnt ihr das Spiel machen, dass ihr dann 2 Schaden. Der Vektor könnt ihr auch blockieren, das verständlich nmp.getdemod.genmod.genmod.creative. noch gleich Null, also wenn er ins Fahrzeug kommt, kann er auch gleich Null, hier habe ich jetzt das Rechernt vergessen, packt auch noch gleich Null rein, okay, er hat jetzt die Sachen schon, jetzt muss ich nur noch eine Kleinigkeit machen, ist player.getfalldamage ist er 4.0f, weil wenn er keine Pfeil-Distanz hat, wirklich bei einem Fall eines Hackes hätte er keine Pfeil, würde er nicht gefallen und i kleiner als 0.9, habe ich mir mal kurz nachgeschaut, das ist quasi das Minimum, ab wann man dann Schaden bekommen, quasi wenn du diese, wenn du komm, wenn der Double E muss mindestens, muss kleiner als dieses, ähm, kleiner als 0.79 sein, dann haben wir hier auch einen Hack und dann machen wir noch, müssen wir anfangen, ob er auf dem Boden ist, weil es mich auch schon wieder herauskommt, er hackt, ganz einfach, ähm, dann würde ich sagen, wir machen, wir cancel das Event einfach mal, kann nicht laufen und wir tp'n ihn natürlich, wir können wieder tp'n, aber, das finde ich Quatsch, doch wir tp'n dann wieder zurück, ne, die können wir nicht lassen, wir tp'n den Spieler einfach mal, wir tp'n den Spieler einfach mal, und jetzt, es geht ganz einfach, und wir zögern Leben auch nur, ist er tot, und dann die Message, und sie bitte, geaktiviert halt new Paul, wieder ist er einfach, je müsst ihr, wenn wir noch registrieren hier, back klicken, und dann hier sind wir, die New Paul, und dann noch dieses, da war, Ich habe das schon mal hingestellt. Okay, ich habe jetzt erst mal machen, dass ich ohne Hex. Und dann mache ich erstmal mein NoFall aus. Ist jetzt aus, man sieht es da oben. Und ich spring runter, bekomme ganz normal damage, passiert nichts. Ich fliege kurz G-Mode, fliege wieder hoch. Ich mache jetzt NoFall an. Haben wir NoFall und es erkennt es direkt. Ich werde jetzt dummerweise zugespammen. Weil eigentlich nichts oder einfach. Packen in den Arraylist. Waren die Spawn, Null am Verstand. Waren erstmal in den Arraylist packen, mal die Spawn wieder auspacken. Haben das auch geschafft. Ja, das war's dann mit dem Video. Wir sind jetzt 5 Minuten. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schreibt mir in den Kommentar, was ihr als nächstes macht. Sonst wäre jetzt nächstes Fly dran. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Chau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.